Ich bin kein toller Kommissar aus dem tollen Westen, der den Helden spüren will. Das ist jetzt hier ein freies Land, ja? Demokratie, Pressefreiheit, schon mal gehört? Ja, morgen wieder. Wissen Sie, warum Ihre Tüchter wegwurten? Meine Mädchen wollten nicht von der Welt. Wo wurden die Mädchen das letzte Mal gesehen? Und wo wollten sie hin? Einfach weg. Was passiert da? Ich mag deine Methoden nicht. Ohne diese Methoden hätten wir mich nicht getan. Weiß deine Mutter, was du da treibst? So, jetzt macht er euer Maul auf. Du weißt nichts. Gar nichts, weißt du. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als die eigenen Kinder zu beerdigen. Dürfen wir uns das mal ausleihen? Aber verlieren Sie das nicht. Sie wird es brauchen, wenn sie zurückkommt. Dannbiten wir uns das mal ausleihen. Dannbiten wir uns das mal ausleihen. Dannbiten wir uns das mal ausleihen. Untertitelung des ZDF, 2020